Herzlich willkommen hier beim Kanal zum Erfolg und heute schauen wir uns mal an, wie du deine Verkäufe durch Kinder E-Books steigern kannst. Das Ganze ist ein sehr interessantes Thema und da bin ich letztens durch Zufall drauf gestoßen, als ich mir gedacht habe, wie kannst du deine Verkäufe deiner Produkte steigern und wie kannst du dir eine stärkere Marke aufbauen. Und hier ist Kinder E-Book wirklich ein sehr, sehr guter Weg und ich erkläre dir jetzt mal warum und zeige dir das an einem praktischen Beispiel. Das Coole ist ja, dass Kinder E-Books auf der gleichen Plattform angeboten werden wie deine Produkte. Das heißt, es ist sogar so, dass unter vielen Suchbegriffen entweder, also nicht nur entweder Bücher kommen oder entweder Produkte, sondern beides angezeigt wird. Das heißt, du siehst ein paar Produkte und ein paar Bücher und das sind auch Kinder E-Books. Und ich habe mir jetzt hier mal eine Marke rausgesucht. Also ich gehe mal davon aus, ich hätte hier jetzt eine Marke mit vier Produkten im Küchenbereich. Das ist einmal eine Knoblauchpresse, einmal ein Spargelschäler, einmal ein schönes Messer und dann noch ein Kochlöffel. Und diese Produkte hätte ich jetzt auf dem Markt und jetzt überlege ich mir, wie kann ich die Marke stärken, wie kann ich meine Konkurrenz ausstechen und wie kann ich meinem Kunden überzeugen davon, dass ich die richtige Marke und die richtigen Produkte habe. Und hier ist Kinder E-Books jetzt ein sehr spannender und cooler Weg. Denn wir können jetzt nämlich einfach Kinder E-Books veröffentlichen. Und hier habe ich mir auch mal zwei Beispiele rausgesucht. Zu diesem Thema würden ja jetzt Rezepte und Kochtipps passen. Das heißt, ich würde jetzt einmal ein Buch schreiben mit ganz vielen Rezepten, die vielleicht irgendwie in diesem Bereich sind, wo ich diese Küchenprodukte nutzen kann. Und dann würde ich noch ein Buch oder ein Kinder E-Book schreiben mit den zehn besten Kochtipps. Und das Ganze könnte ich jetzt gegenseitig vermarkten und promoten und da gibt es jetzt verschiedene Wege. Der erste Weg wäre zum Beispiel, ich könnte in meinen Kinder E-Books Werbung für meine Amazon-Produkte machen. Das heißt, ich könnte hier irgendwie schreiben, ja, das kannst du super mit unseren Produkten. Ich könnte da ein paar Bilder einblenden, einfach unsere Produkte, unsere Marke öfter erwähnen. Und der Kunde, der sich vielleicht hier einfach nur ein Buch kauft, erfährt von unserer Marke und weiß, wow, das ist ja echt eine coole Marke, da kaufe ich mir mal gleich ein paar Produkte. Das heißt, du kannst einerseits hier in den E-Books deine Marke vermarkten. Ja, also du schreibst über ein bestimmtes Thema, was zu deiner Marke passt, dein E-Book und vermarktest dann hier als Lösung oder einfach nur als Angebot deine Produkte. Da kannst du auch gleich noch einen schönen Gutscheincode mitgeben und so die Käufer bzw. die Leser zum Käufer umwandeln. Ein weiterer Weg jetzt wäre, dass du das Ganze anders gestaltest. Das heißt, Leute, die jetzt deine Produkte kaufen, ja, die kaufen dann vielleicht auch dein Kind ein E-Book. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du jetzt bei deinen Produkten oder auf deine Verpackung deine E-Books bewirbst. Das heißt, du würdest jetzt zum Beispiel eine kleine Visitenkarte zu den Produkten dazulegen. Das ist jetzt auch hier auf unserer Website oder auf Amazon unser Kind-E-Book für, ja, für irgendwie unser Rezeptebuch oder unsere 10 Kochtipps für nur 3,99 Euro gibt. Und hier hast du automatisch dann wieder ein paar Kunden, die du sozusagen von deinen Produkten auf die Kinder E-Books loggst und hier weitere Verkäufe generierst. Eine weitere ganz coole Sache ist natürlich, dass du einfach größer und stärker dastehst als Marke. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde sieht, wow, die haben ja wirklich irgendwie zwei Kochbücher und vier Produkte auf dem Markt, das heißt, das ist eine Marke, die sich wirklich auskennt. Wenn da jetzt nur irgendwelche Private Labi-Seller sind, die einfach nur 3, 4 Produkte haben, das sieht natürlich dann nicht so gut aus, als hättest du hier zum Beispiel noch 2, 3, 4 Kinder E-Books über verschiedene Kochthemen, ja. Das kannst du dann zum Beispiel so machen, dass du dann auf dem Cover deiner Kinder E-Books direkt ganz groß die Marke deiner Produkte draufdruckst. Das heißt, du würdest die Cover bzw. das E-Book jetzt nicht neutral gestalten, sondern du würdest das sozusagen im Marketing von deiner Marke machen, ja. Das heißt, du schreibst dann da irgendwie deinen Namen, x, y und z, 10 Kochtippbuch oder die 10 besten Rezepte oder sowas. So würdest du das ganz gerne dann aufschreiben und so würden die Kunden dann direkt sehen, okay, derjenige hat hier noch 3, 4 E-Books und hat hier coole Produkte, das ist eine große Marke, da kaufe ich natürlich mein Produkt eher. Und sie kaufen dann wahrscheinlich auch noch deine Produkte bzw. deine E-Books mit deinen Produkten zusammen. Also hier auch wieder eine sehr, sehr gute Methode. Eine andere Sache wäre jetzt noch, du könntest zum Beispiel auf deiner Website, die du dann wahrscheinlich auch schon mit 4 Produkten hast, ja. Das ist schon so eine Zahl, mit der man sich eine schöne Website aufbauen kann. Hier kannst du das Ganze auch schön gegeneinander bewerben und besser darstellen. Das heißt, Leute, die vielleicht irgendwie sich wegen ihrer Garantie hier für ihr Produkt registrieren auf deiner Website, sehen dann hier erstens natürlich die weiteren Produkte, aber sie sehen auch die E-Books. Und genauso kannst du die Leute, die zum Beispiel gerade das E-Book lesen, auf deine Website bringen. Zum Beispiel kannst du auf der Website irgendwie noch 10 extra Tipps haben und dafür müssen dann halt die Leute, die das E-Book lesen, nur auf deine Website kommen. Hier kannst du dann zum Beispiel die E-Mail-Adresse einsammeln, aber sie sehen auch deine anderen Produkte, ja. Und dadurch wird die Marke bekannter und du kannst wahrscheinlich Verkäufe generieren. Das heißt, wenn jetzt gerade hier da ein paar Leute deine Produkte bzw. deine Bücher lesen, dann kommen sie auf deine Seite, weil sie hier noch 3, 4 Tipps finden, die du hier im Blogbeitrag zusammengefasst hast. Und schon sind sie da, sehen deine anderen Produkte und schlagen hier zu und kaufen dann auch eins deiner Produkte. Das heißt, hier hast du wirklich ein paar coole Möglichkeiten, deine Marke und deine Verkäufe zu erhöhen durch Kinder E-Books. Das ist auf jeden Fall ein Schritt, den ich jetzt in der Zukunft angehen werde. Ich werde das natürlich nicht selber schreiben, sondern outsourcen oder halt nur einen kleinen Teil selber schreiben, denn das ist natürlich viel Arbeit. Diese E-Books reichen dann auch vollkommen aus, wenn das so 10, 20, 30, 40 Seiten sind. In dem Bereich, das muss jetzt kein 300, 400 Seiten Buch sein. Das heißt, hier kannst du das Ganze schön gegenseitig vermarkten und so eine kleine andere Strategie, die man jetzt vielleicht noch nicht so kennt und so weit verbreitet ist, wie Facebook-Marketing, wie Google AdWords-Anzeigen und so weiter. Hier auf jeden Fall eine coole Möglichkeit für dich, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir sehen uns natürlich bei den nächsten wieder. Bis dann.